Ich probiere mal Ghostlight, das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich probiere mal Ghostlight, das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich probiere mal Ghostlight, das habe ich auch schon lange gespielt. Ich probiere mal Ghostlight, das habe ich auch schon lange gespielt. Ich probiere mal Ghostlight, das habe ich auch schon lange gespielt. Ich probiere mal Ghostlight, das habe ich auch schon lange gespielt. Ich probiere mal Ghostlight, das habe ich auch schon lange gespielt. Schade, das war schon wieder vorbei. Na gut, bis später. Probieren wir mal. 30 Cent hat er mir schon geklaut. Ich probiere mal Ghostlight, das war schon lange gespielt. Ich probiere mal Shen! Ich probiere mal der Ich probiere dich. Ich habe auch schon lange gespielt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ui, mal 12 Euro. Ui, mal 13 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 Euro. Ui, mal 14 Euro. Ui, mal 13 Euro. Ui, mal 14 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, da war es hier. Schön. Sechs Freispiele. Bonus auf dem Bildschirm gelösen. Sechs Freispiele. Okay, die Drachen zahlen also an beliebiger Position. Vier sind sechs weitere Spiele. Wow. Fünf Dragons wären 150 gewesen. Also die Diamonds sind Dragons. Na, machen wir mal Skater, eine Verlängerung, komm. Okay, das waren 30, oder? Die vier. Komm, Bonus, ach schade, ja, aber knapp 60 Euro. Gut, ich muss mal einen Break machen.